Ja, Next Scientists for Future haben den Schlauchboot-Fan-Freunden, also Schlauchboot-Fan, der kritisiert ja Bodo Schiffmann, sehr aggressiv und sehr scharf, den Freunden von Schlauchboot-Fan haben wir einen Besuch abgestattet, darum geht es gleich, aber als erstes wie immer hier unten rechts an dem runden Ding die Geschwindigkeit schneller drehen, 1,5 oder 1,75 würde ich empfehlen, ja. Ja, und wie war der Besuch bei den Schlauchboot-Fans? Ja, natürlich letztendlich enttäuschend, aber immerhin 3000 Leute werden das mitbekommen haben circa. Und schauen wir uns doch mal an, was da das Problem sein könnte. Wo haben wir es? Hier. Die wichtigsten Sendungen, da ist das aufgenommen worden, Sie kennen das ja, nextscientistsforfuture.de, der Link, Live-Ticker und dann Punkt 6 ist es glaube ich oder 7, die ist die wichtigsten Sendungen und dann findet man ganz am Ende jetzt dieses hier, da steht dann ganz am Ende hier, Zoom-Diskussion mit Personen mit entscheidendem Bildungsmangel im Bereich Evolutionsbiologie, also die, die leben in der Illusion als Evolutionsleugner bzw. Evolutionsmissachter, sei man noch Teil echter Wissenschaft. Ja, das läuft dann so, hier haben sie lauter Links, wo sie ein bisschen schneller dann immer an den Start der jeweiligen Diskussion kommen. Und nur die Intelligentesten schwimmen gegen den Strom, die anderen laufen mit der Herde und das ist unüberprägbar, unlösbar. Herdenmenschen oder herdenhinterfragende Menschen. Und diese Gläubigkeit gegenüber einer von Wirtschaftsinteressen von Konzernen gelenkten Wissenschaft in Anführungszeichen ist nun mal Schwimmen mit dem Strom. Und was sehr interessant ist, ist, dass die latenten Kreationisten, die Darwin nie verstanden haben, sich als faktenorientiert einschätzen, obwohl sie sich auf Flacherdlerniveau befinden. Wer die Evolutionsbiologie nicht richtig versteht, betreibt danach nur noch Scheinfaktenverwaltung ohne jeglichen Realitätsbezug. Viele leben in der Illusion, als Evolutionsleugner bzw. Missachter, sei man noch Teil echter Wissenschaft. Das ist man nicht. Man ist dann leider nur noch Teil der Mainstream-Pseudowissenschaften, der Großkonzerne, wie wir sie ja häufig an unseren Universitäten finden. Ja, das ist genau der Punkt. Das habe ich aber schon tausendmal gesagt, dass wir das Dilemma haben, dass die sozusagen Leute, das ist so ähnlich wie, wenn jemand Mitglied der großen evangelischen Kirche ist, dann neigt er dazu zu denken, naja, ich bin ja nicht Teil einer Sekte oder so, ich bin ja Teil der großen evangelischen Kirche und wir sind die Guten und alles andere sind die Sekten. Dabei kann man auch sagen, ja, in Wirklichkeit ist die Tatsache, also dass man eine große Sekte ist, bedeutet ja nicht, dass man keine Sekte ist. Und genauso ist es mit der Pseudowissenschaft. Nur weil es da etwas gibt, etwas Großes gibt, das sich den Namen Wissenschaft umhängt, obwohl genau diese Leute die größten Feinde aller echten Wissenschaftler waren, die größten Gegner von Copernicus, Kepler, Galilee, Gregor Mendel, Charles Darwin, Semmelweis und wie sie auch alle heißen, die größten Feinde echter Wissenschaft waren, nennen sich jetzt einfach Wissenschaftler und definieren dann ihre Wissenschaftsleugnungen als Wissenschaft. Diese Leute definieren sozusagen so, ja, Charles Darwin war ein ganz toller Mann, aber dann im nächsten Satz ignorieren sie, anstatt dass sie auf einem evolutionsbiologischen Denkhintergrund argumentieren und über Gesellschaft argumentieren, indem sie die Evolutionsprozesse innerhalb der Gesellschaft untersuchen mit Einbezug von Kognitionen und Genen, also auf der Ebene von genetisch-memetischer Evolution diskutieren, sozusagen in Gesellschaften. Stattdessen diskutieren sie wie ein Flacherdler sozusagen oder wie ein Kreationist, letztendlich völlig ohne Bezug zur evolutionsbiologischen Basis und damit sind sie aber dann raus aus Wissenschaft. Dann gehören sie zwar zu einer großen Sache, die sich mit dem Namen umgehängt hat, Wissenschaft, die ich aber nur noch als Pseudowissenschaft bezeichnen kann, ja, weil sie eben 160 Jahre hinter der letzten großen wissenschaftlichen Neuerung zurückbleibt und das ist auch kein großer Unterschied zu einem Flacherdler, der hunderte von Jahren hinter den Erkenntnissen von Kompanius, Kepler, Galilee und so weiter zurückbleibt. Und das Gemeinsame bei all diesen Pseudowissenschaftlern ist immer sozusagen, dass sie Jahrhunderte hinter den echten Wissenschaftlern zurückbleiben und eigentlich immer die größten Feinde aller echten Wissenschaftler waren. Und entsprechend ging es natürlich auch darum, ja, dass meine Frage dort niemand beantworten konnte und wollte, warum denn die Massenmedien, die doch ein riesiges Interesse haben, uns alle zu überzeugen von der Supergefährlichkeit von Corona, warum die es nicht schaffen, uns ganz klar zu sagen, das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden hat uns heute gegenüber beeidet, dass am heutigen Tagestadt ansonsten, wie im Winter, 3000 Leute pro Tag gestorben sind, heute 3500 gestorben sind. Denn danach hätten wir ja nur noch zwei Erklärungsmöglichkeiten, ja, denn drei vielleicht. Also erstens hätten wir ja nur noch die Erklärungsmöglichkeit, das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden hat falsche Zahlen rausgegeben. Die zweite Möglichkeit ist, die Medizin tötet in Deutschland 500 Leute pro Tag oder Corona ist tatsächlich etwas gefährlicher als die normale Grippe, sodass es zu einer Übersterblichkeit von circa 500 Personen täglich kommt. Aber immerhin wären wir doch dann schon ein Drittel überzeugt, sozusagen, ja. Also wir wären doch dann schon ein Drittel gewonnen. Und warum schafft es die ganze Medienlandschaft, die seit Monaten uns doch klar machen will, wie gefährlich Corona ist, nicht uns einfach eine einfache Zahl zu nennen, die uns schon mal etwas, etwas überzeugter macht, ja. Wenigstens ein Drittel überzeugen könnte. Kommt nicht. Und deswegen kann man deswegen nur vermuten, diese Zahl von 3500 pro Tag, die verstorben sind, kommt nicht, weil sie nicht der Realität entsprechen würde. Und die Tatsache ist doch, wenn wir jemanden retten, durch die Maske retten, davor an Corona zu sterben. Er stirbt aber stattdessen an einem Herzinfarkt. Und die Zahl der circa 3000 Wintertoten, 2900, 2800 Wintertoten wird durch nichts überschritten. Es ist doch völlig egal, an was jemand stirbt. Es ist doch nur wichtig, ob mehr Leute sterben als sonst. Ja, wenn also Corona jetzt einfach nur eine alternative Todesursache ist für die, die sowieso sterben, also wenn der, der jetzt nicht Corona kriegt, einfach nur an, an, äh, sozusagen, an einem Herzinfarkt stirbt, dann ändert das doch nichts. Aber auch ich habe jetzt wieder den Fehler gemacht. Natürlich könnte jetzt als Gegenargument kommen, ja, wir haben jetzt täglich keine 3500 Toten, weil wir ja die Maßnahmen haben. Jetzt wäre dann wieder die nächste Frage, und was ist mit der Kontrollgruppe? Warum schicken sie nicht Massen, wie sie es ja schon mal getan haben? Warum schicken sie nicht, wie früher, jetzt mal Massen an Journalisten nach Weißrussland und befragen dort die gesamte Bevölkerung und die Bestattungsinstitute, ob denn jetzt mehr gestorben wird in Weißrussland, im Bekanntenkreis, in den Bestattungsunternehmen, sich ein über, also übermäßig viel Geschäft zeigt, ja, weil das wäre doch ein Hinweis, dass das Coronavirus in Weißrussland, wo es völlig freie Bahn hat und völlig ignoriert wird, dass es dort zu mehr Todesfällen führt. Wenn es nicht, solche mehr Todesfälle nicht zu finden sind, dann würde das doch bedeuten, dass jede Form des Lockdowns sinnlos ist. Aber wie gesagt, das ist nur so am Rande, aber wie gesagt, bei Schlauchbootfans schauen sie sich das an, aber Schlauchbootfans argumentieren, dann eben ohne jeglichen Evolutionsbezug, ohne jeglichen Realitätsbezug und denken aber dann, dass wenn sie die gesamte Naturwissenschaft und den Hauptkern der Naturwissenschaft, die Evolutionsbiologie in ihrer Argumentation ignorieren, dass sie dann noch auf dem Boden der Wissenschaft seien. Und das ist eben das typische Denken der Pseudowissenschaftler, die nicht erkennen, dass sie zwar einer Sekte angehören, die sich mit dem Mäntelchen und dem Namen Wissenschaft belegt, aber eigentlich immer der größte Feind aller echten Wissenschaftler auf der Erde war. Geschichtlich. So, dann gehen wir doch jetzt mal auf die Kurznachrichten ein. Ach so, das steht jetzt im Live-Ticker auch, dass es immer wieder Streit gibt zwischen den Demonstranten und der Polizei. Und die Frage ist, schadet das dem Wahlkampf oder nutzt das dem Wahlkampf? Das ist ja die interessante Frage. Ja, und dann müssen wir uns, also Kurznachrichten müssen wir uns noch mal klar machen. Machen wir uns das noch mal anhand der Bilder klar. Wir haben hier, wir nehmen das Schaubild noch mal für die Sparten. Stellen wir uns vor, das sei hier die Sozialsparten, einschließlich Arbeitsamtssparten. Hier haben wir die NGO-Sparten, die also die Menschen abzocken über Spendensammeleien sozusagen. Die zocken die Gesellschaft ab, ohne böse Absicht, also mit Irrtümern, mit vorteilbringenden Irrtümern, ohne Bewusstheit. Zocken die aber im Endeffekt faktisch die Gesellschaft ab. Das wäre hier die Gesellschaft in der Mitte. Und die zocken die Gesellschaft ab, indem sie sich selbst aktiv einher an Massenarbeitslosen, Obdachlosen, Sozialfällen erhalten. Die erhalten sich eine ganze Armee an Spendern, die dann verarmen dadurch, dass sie und sie pumpen viel Geld ins Ausland und in ihre eigenen Geldbeutel hinein. Dann haben wir hier die Automobilsparte, die versucht, möglichst viel vom Kuchen zu gewinnen und uns möglichst autosüchtig zu machen. Hier haben wir die pharmazeutische Sparte und die Impfsparten, die uns versuchen, möglichst viel zu verkaufen und so weiter und so unser Geld abzuzocken. Alle versuchen, die Lebensmittelsparte, alle Sparten sind voll von vorteilbringenden Irrtümern. Und jetzt passen Sie auf, um das noch mal ein bisschen zu präzisieren, weil das einige, glaube ich, noch nicht richtig verstanden haben. Wenn wir also hier die vorteilbringende Sparte der Sozialspartler haben, sozusagen, und die sagen uns jetzt, oh, Mindestlohn, Gewerkschaften und Tariflöhne sind eine ganz tolle, hochsoziale, linke Politik, dann wirkt das auf die Bevölkerung, sobald es ja die Sparte der Sozialspartler verlässt, dieses Virus des Geistes, dieses Killer-Virus des Geistes, das wirkt sich als parasitäres Mem in der Gesamtgesellschaft aus. Denn die, die da auf dieses Irrtum hereinfallen und den als Wahrheit in ihrem Kopf übernehmen, sind parasitiert worden durch dieses Mem und sind quasi Opfer dieses. Diese sind dann die Schmarotzer, sozusagen, und die sind die Ausgebeuteten und die Opfer des Schmarotzers, die Wirte, sozusagen. Und das, also quasi, sobald ein vorteilbringender Irrtum seine Sparte verlässt, wird dieser Irrtum zum parasitären Mem beziehungsweise zum Killer-Virus für die Restgesellschaft und zwar auch für alle anderen Sparten. Also das heißt, sobald hier diese vorteilbringenden Irrtümer diese Sparte verlassen und in die anderen Sparten und in die Mitte der Gesellschaft eindringen, wirken sie auf all die anderen Sparten als parasitäre Mem beziehungsweise Killer-Viren des Geistes und plündern sozusagen auch wiederum die Automobilindustrie aus, weswegen dann auch die Automobilindustrie wieder ein großes Interesse an dem Aussterben dieser vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten durch positive Anreize haben sollte. Und damit sollte jeder in der Gesellschaft unterschiedslos ein Interesse am Aussterben aller vorteilbringenden Irrtümer durch positive Anreize haben, denn auch die Sozialspartler werden ja wiederum von den vorteilbringenden Irrtümern der Automobilindustrie, die sobald sie die Automobilindustrie verlassen, ja, wiederum als parasitäre Meme die Sozialspartler schädigen, als Killer-Viren des Geistes die Sozialspartler negativ manipulieren, sozusagen, ja, deswegen sollte jeder Mensch dafür sein, dass wir alle vorteilbringenden Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Ich hoffe, das ist jetzt klar geworden. Und von daher, Schluck Wasser, sollten wir von daher sollten wir zum Beispiel auch die vorteilbringenden Irrtümer aussterben lassen, die sagen, ja, Bettelei, das ist eine tolle Sache, Spenden sammeln, das ist eine tolle Sache. Nein, das sollten wir verbieten, weil wir ein Sozialstaat sind, wir einen Sozialstaat haben, niemand ist angewiesen auf Betteln, außerdem, wenn wir Bettelei zulassen, Spenden sammeln zulassen, alle anderen Verwöhnungen, wie in Mülleimern wühlen oder Leben oder Containern oder Tafeln, Kleiderkammern und so weiter, das müssen wir alles verbieten, weil das nämlich letztendlich bedeutet, dass wir letztendlich ja die Verwöhnung hochhalten. Ja, das sind ja alles vorteilbringende Irrtümer der Sozialsparten, die uns alle erklären, ja, wir müssen doch Bettelei zulassen, wir müssen doch Spenden sammeln zulassen, wir müssen doch im Mülleimer wühlen zulassen, wir müssen doch Flaschen sammeln zulassen, Containern zulassen, wir müssen doch auch die Tafeln zulassen, die Kleiderkammern zulassen, in Wirklichkeit sind das ja alles Aspekte der Verwöhnung, die also Menschen dazu verführen können, in einer Dauerarbeitslosigkeit zu verbleiben. Wir haben ja fünf Faktoren, die Dauerarbeitslosigkeit erzeugen und diese fünf Faktoren lauten, wir haben, wenn ich dann noch mal auf das Bild gehen darf, wir haben ja fünf Stück, hier drei, vier, fünf, ich nehme mal diese fünf hier, wir haben als vorteilbringende Irrtümer der Sozialsparten, es reicht, wenn ich im Arbeitsamt mich zurücklehne oder in meiner behörde, oder in meiner karitativen Einrichtung mich zurücklehne und sage, auch ihr Arbeitslosen schafft das schon selber, einen Job zu finden. Das heißt, aufgrund dieses vorteilbringenden Irrtums hat man eine Rechtfertigung, sich bequem im Sessel zurückzulehnen und nichts zu tun, also nicht zu helfen. Das ist zu wenig und deswegen, die Menschen brauchen eine aktive Hilfe, also da müssen wir mit positiven Anreizen gegengehen, indem wir eine echte soziale, eine echte linke Politik machen und die Arbeitsamtmitarbeiter belohnen, nur noch Verdienstzuschüsse ausschütten, für die Dauer und für jeden, der in Arbeit untergebracht ist und für sonst nichts. Dadurch werden die dann fleißig. Und zweitens haben die dann noch die Tendenz, den vorteilbringenden Irrtum, ach ja, den vorteilbringenden Irrtum, ach ja, und die Leute verhungern uns ja alle, wenn wir nicht das alles erlauben, all die Verwöhnungen, all die 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 das große Hartz IV, das große bedingungslose Grundeinkommen und dann die Tafeln und die Kleiderkammern und wenn wir das alles nicht zulassen, dann verhungern die uns doch alle, ja, und und so haben wir also einmal hier den vorteilbringenden Irrtum, der zur Faulheit führt, zum Nichthelfen führt, dann haben wir den vorteilbringenden Irrtum, der zur Verwöhnung führt und dann haben wir den vorteilbringenden Irrtum, der zum Mindestlohn führt und der quasi Dauerarbeitslose künstlich erzeugt, weil die Leute, die weniger Leistung bringen können, als der Mindestlohn wert ist, sozusagen, die kriegen dann gar keinen Job mehr, wegen des Mindestlohns, genauso, und dann haben wir den vorteilbringenden Irrtum, dass Gewerkschaften eine gute Sache seien und dadurch haben wir große volkswirtschaftliche Verluste, weil Gewerkschaften viel Geld kosten und viel Geld verschlingen und dann haben wir hier noch den vorteilbringenden Irrtum, dass Tariflöhne eine ganz tolle Sache seien und dieser vorteilbringende Irrtum führt dazu, dass wir sozusagen eben die Leute nicht nur durch Mindestlöhne in Dauerarbeitslosigkeit hinein zwingen, sondern auch noch durch Tariflöhne, sie quasi aus diesen Arten von Unternehmen, wo es gewerkschaftliche Tariflöhne gibt, aussondern und damit die Zahl der Dauerarbeitslosen noch vergrößern. Und das sind die Mechanismen, die da laufen. Und dann müssen wir auch eine echte linke Politik machen, nämlich es war ja eine echte linke Politik, dass die Emanzipationsbewegung der Frauen gesagt hat, mein Bauch gehört mir. Und alle Rechten sind dagegen Sturm gelaufen und haben gesagt, nein, wir müssen Abtreibung verbieten. Wir müssen also sozusagen den Frauen das Recht auf ihren Bauch wegnehmen. Nun passierte Folgendes, dass eben die Medizinindustrie sich auf die Seite der Frauen stellte und also die echte linke Politik unterstützte, aber auch nur deswegen, weil sie den Frauen dann natürlich Verhütungsmittel verkaufen konnten und Abtreibungen verkaufen konnten. Jetzt ist es natürlich, wir sagen jetzt, wir müssen die linke Position weiter ausbauen und sagen, wie es in der Natur ist, nämlich mein Neugeborenes gehört mir und den Frauen auch darüber, also mein Bauch und mein Neugeborenes gehört mir und dadurch den Frauen die Möglichkeit geben, auch ohne, dass sie Verhütungsmittel kaufen müssen und auch ohne, dass sie sozusagen und dann müssen wir auch noch den Frauen die Erlaubnis kriegen, wieder Kinder so lange zu stillen und so lange nackten Körperkontakt mit Kindern zu haben, wie sie nur wollen, ohne jede Kritik daran und so weiter und müssen die Frauen dazu regelrecht auffordern und das unterstützt wiederum, da hat es wieder die Medizinindustrie ein bisschen schwer, weil sie dann vielleicht nur beim schmerzfreien, glückseligen Einschläfern der Neugeborenen noch verdient, aber nicht mehr an Verhütungsmitteln und nicht mehr an Abtreibungen und ich vermute, dass die Gelder, die es für das Einschläfern der Neugeborenen geben würde, viel geringer sind, also insofern ist die Frage, ja, wie viel Widerstand wird das geben, wenn wir die echte linke Politik weiter treiben und die ganzen Rechten werden natürlich Sturm laufen, denn die werden sagen, ach, wir sind ja schon gegen die Abtreibung, für uns ist ja schon Abtreibung Mord und jetzt ist ja die Kindsaussetzung und die Kindstötung, das ist ja noch viel mehr Mord, ja, und das ist dann halt, wie gesagt, die Rechten meinen halt, sie wären schlauer als die Natur und müssten unbedingt gegen alle Naturgesetze verstoßen, ja, denn in der Natur gilt vollständige Erlaubnis, so viel Körperkontakt wie die Mutter möchte, darf sie mit dem Kind haben, dadurch kommt es zur natürlichen Empfängnisverhütung, teilweise über viele Jahre hinweg, was den Geburtenabstand vergrößert, auf der zweiten Ebene gehört den Frauen in der Natur der Bauch und das Neugeborene gehört der Mutter und wenn die ein Kind ablehnt, dann lehnt sie es ab und dann stirbt das Kind, ganz einfach, so im Zoo wird das ja auch öfters berichtet, dass also Mütter Kinder nicht angenommen haben, ja, und dann haben die Mütter auch einen Grund dafür, dann halten sie das Kind aus irgendeinem Grunde nicht für passend, entweder ist das Kind beschädigt, behindert oder es passt der Mutter nicht in den Kram, also wird es nicht angenommen oder es wird aufgefressen oder es wird getötet oder was auch immer, ja, ja, und die, ja, die sozialen Sparten und die NGO-Spendensammelsparten, ja, die waren natürlich immer gegen mein Neugeborenes gehört mir, denn die Sozialsparten, wenn dann lauter Kinder geboren werden, von sozial Schwachen, dann werden die auch wieder sozial Schwach sein und dann werden die Kunden der Sozialsparten sein und die NGOs, die sind natürlich sozusagen auch dagegen, denn die haben ja auch die Tendenz, dass, die haben ja auch den Vorteil bringenden Irrtum im Kopf, dass alle Menschen, alle Neugeborenen Genies sein und wenn doch jedes Neugeborene ein Genie sein ist, dann sehen die ja keinen Grund dafür, Neugeborene einschläfern zu lassen, glückselig einschläfern zu lassen, ja, also da sieht man, da kommen dann immer wieder die Vorteil bringenden Irrtum immer zum Zuge, ja, ja, und dann anderes Thema für die Kinder und die Enkel der einwandernden Personen, wenn das dann das neue Einwanderungsgesetz gebe, ja, gilt auch, kein Kind also nicht nur für die einwandernde Person, sondern auch für deren Kinder und Enkel gilt, wenn, sobald die ein Kind wiederum bekommen von einer Person mit Migrationshintergrund, Migrationshintergrund, müssen die auch sofort Deutschland verlassen, auch das steht in dem Einwanderungsvertrag, der von der einwandernden Person auch für dessen Kinder und Enkel geschlossen wird, sozusagen, und der ist dann gültig auch für die Kinder und Enkel, das heißt, die kriegen alle zunächst einmal keine Staatsbürgerschaften, ja, weil eben noch nicht feststellt, ob sie nicht irgendwann doch Kinder in die Welt setzen mit Menschen mit Migrationshintergrund und das, das würde ja wieder neue Parallelgesellschaften begründen und das wollen wir ja ausschließen, also würden diese Personen alle erst dann, wenn sie keine, also praktisch drei Generationen lang keine deutsche Staatsangehörigkeit bekommen, ja, also das wäre dann die einfache Regelung, drei Generationen, also die Einwandernden und die Kinder und die Enkel kriegen grundsätzlich keine deutsche Staatsangehörigkeit, sondern müssen das Land verlassen, sobald sie Kinder in die Welt setzen, zusammen mit Personen mit Migrationshintergrund, denn sonst würde ja wieder eine Parallelgesellschaft entstehen, während wenn dann die Urenkel geboren sind, dann sind die schon so vermischt mit der Ursprungsbevölkerung, dass dann keine Gefahr mehr von Parallelgesellschaften mehr bestehen dürfte, denke ich mal jedenfalls. Liebe Parteimitglieder, ja, ganz anderes Thema, man müsste also die Parteimitglieder, jeder Partei, sei es die Basis oder wir 2020, egal welche Varianten, da müsste man eigentlich die Frage stellen, in die Parteimitgliederrunde hinein, wer von Ihnen ist bitte schön voll von vorteilbringenden Irrtümern, zum Beispiel die eben dem vorteilbringenden Irrtümer xy, der Sparte z zum Beispiel, ja, denn wenn Sie jetzt mitstimmen, dann ist es ja klar, dass Sie natürlich überzeugt sind von den vorteilbringenden Irrtümern, der Sparte, in der Sie selbst arbeiten, das ist eigentlich zwangsläufig, es gibt kaum jemanden, der in einer Sparte arbeitet und nicht voll von den vorteilbringenden Irrtümern seiner Sparte ist, ja, und zu diesem Thema sollten sich diese Leute dann enthalten, weil das sozusagen, sonst kriegen wir ja nur, dass jede Sparte mit den Parteimitgliedern sozusagen, die diese Sparte vertreten, dass die also letztendlich nur ihre Politik wollen, also letztendlich ihrer Sparte Vorteile verschaffen wollen. Sind die Parteimitglieder natürlich genügend repräsentativ für die Bevölkerung könnte man darauf verzichten, aber was ist, wenn typischerweise bestimmte Sparten überrepräsentiert wären in der Gruppe der Parteimitglieder, dann sieht's düster aus, ne? Ja, und dann muss man sich halt auch fragen in der Partei, wer ist Opfer, nämlich sobald ja die vorteilbringenden Irrtümer eine Sparte verlassen, wirken sie sich ja als parasitäre Meme oder Killerviren des Geistes aus und dann muss man eben immer gucken, wer ist dann jetzt Opfer dieses parasitären Meme. Ja, denn sobald eben das ein vorteilbringender Irrtum sich außerhalb der Sparte X befindet, werden die Menschen außerhalb Opfer von manipulativer Wirkung der parasitären Meme und Killerviren des Geistes. Ja, und dann wir kritisieren komischerweise nicht, wenn diese ganzen NGOs Spenden sammeln, wenn sogar Fernsehsender oder Fernsehsendungen Spenden sammeln, das kritisieren wir nicht, aber wir regen uns schrecklich darüber auf, wenn die Scientology die Leute zu Spenden bewegt und auf diesem Wege abzockt und zur Verarmung bringt. Was ist der Unterschied? Also was bedeutet das, wenn eine NGO oder eine Spendensammlung Deutschland ärmer macht und die deutsche Volkswirtschaft schwächt und deutsche Gelder ins Ausland ablenkt oder in die Geldbeutel von irgendwelchen dubiosen Geschäftsführern, von dubiosen Spendensammelfirmen sozusagen? Was unterscheidet das davon, wenn die Scientology Gelder abzockt, die dann nach, was weiß ich, in die Sea Org nach USA oder so fließen, oder ja, da sehe ich keinen Unterschied, ja, wir kritisieren doch da auch die Scientology Spendensammlung, dann sollten wir doch alle Spendensammlungen verbieten und untersagen, ja, und dann nochmal Thema Economy for Mankind, ich habe immer wieder die Frage gestellt, woher kommt das Geld, darauf wurde immer nur ausweichend geantwortet, ja, ich meine, es gibt doch, wenn angeblich die Unternehmen des Unternehmen, den Unternehmen es doch so gut geht, also den Unternehmen nichts weggenommen wird, dann gibt es ja nur noch eine Möglichkeit, wenn ich die Ärmeren der Gesellschaft doppelt so reich machen will, wie vorher, wenn ich den Ärmeren doppelt so viel Güter geben will, vorher, dann kann ich das Geld ja nur von den Besserverdienenden noch wegnehmen, also unter Ausschluss der Unternehmer, also ich klammere die Unternehmer aus, lasse die also viele Gewinne machen, nehme aber die Gelder von den Besserverdienenden weg, aber dann habe ich nichts gewonnen, denn die Besserverdienenden sind die wichtigsten Mitarbeiter der Unternehmen und dann, wenn die Besserverdienenden abwandern, weil die ja geschröpft werden und deren Geld den ärmeren Menschen der Gesellschaft gegeben wird, dann wandern die typischerweise die Besserverdienende ab, damit verlieren die Unternehmen ihre besten Mitarbeiter und wandern dann auch ab und zwar und wandern dann den Besserverdienenden hinterher, weil sie angewiesen sind auf diese hochqualifizierten Mitarbeiter, also sozusagen, ja, das heißt, dieses ist die Schlüsselfrage, ja, Economy for Mankind muss beantworten können, woher kommt das Geld, das angeblich gleichermaßen die Ärmeren reicher macht und gleichermaßen die Unternehmen reicher macht, woher kommt diese wundersame Gelderzeugung, denn nach Adam Riese kann es eigentlich nur funktionieren, dass die Ärmeren nur deswegen doppelt so reich werden können, weil man anderen dieses Geld wegnimmt vorher und das wird bei Economy for Mankind nicht deutlich gesagt. Also, das war es, glaube ich, schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald. Tschüssi, bis bald.